Hallo, herzlich Willkommen. Mein Name ist Günter Lahr und ich bin der Inhaber von Lahr Carpet Creation. Unser heutiges Thema Raumausstatter und Sattler wird unterstützt von der TK Energie aus Albershausen. Alles geht zu 100% an die Lebenshilfe in Göppingen. Mehr dazu auf unserer Homepage www.lar-creation.de So, meine heutigen Gäste sind von der Landesinnungsverband der Raumausstatter und Sattler Handwerks Baden-Württemberg. Herzlich Willkommen, Dieter Eckert, Landesinnungsmeister und Steffen Wirtz, Landesfachgruppenleiter für die Raidsport-Sattlerei. Entschuldigung. Danke. Herr Eckert, Herr Wirtz, ich war sehr überrascht und sehr freudig überrascht, dass ich es dem Herr Schremmer mitgeteilt habe, dass ich einen Podcast mache und ich würde Sie gerne einladen, dass Sie ohne Wenn und Aber zugesagt haben. Haben Sie da noch so viel Leidenschaft, brennt das so viel in Ihrem Beruf, dass Sie sagen, ja, wir würden die Jugend und alle anderen mitteilen, was für ein tolles Handwerk wir haben. Ist das so? Brennen Sie so dafür? Ja, selbstverständlich. Sehr schön. Ja, also auf jeden Fall. Das ist ein Beruf, kommt von Berufung und bei uns Sattler sind viele Folgen ihrer Berufung. Herr Eckert, Sie haben Ihre Ausbildung 1966 als Raumausstatter abgeschlossen. Elf Jahre später machten Sie Ihre Meisterprüfung. Das ist alles jetzt 40, 50 Jahre ja schon her. Was hat sich da im Wesentlichen verändert in der Raumausstatterbranche? Das Gesamtbild des Raumausstatters hat sich sehr verändert. Den Raumausstatter gibt es ja erst seit den 60er Jahren. Vorher hieß es ja immer Sattler und Tapezieher. Daher auch Sattler-Handwerk heute noch. Und der Raumausstatter gibt es seit den 60er Jahren. Denn ich habe zum Beispiel 1963 angefangen zu lernen und meiner Meinung nach 60 oder 61 kam der Raumausstatter. Und vorher hat es Sattler und Tapezieher geheißen. Gab es dann aber auch Tapezieher und Bodenleger? Oder war der Tapezieher auch der, der den Boden gelegt hat? Der Tapezieher hat auch der Boden gelegt. Ah, okay. Das ist ja der große Streit heute zwischen den Malern und den Raumausstattern. Die Maler behaupten, sie haben das Bodenlegen erfunden. Und das stimmt nicht. Das war der Sattler und Tapezieher. Wieso wurde eigentlich jetzt dann das getrennt, das Tapezieher? Und wieso gibt es jetzt einen Raumausstatter? Was ist da jetzt der Unterschied? Der Raumausstatter hat jetzt vier, fünf Arbeitsgebiete. Das Bodenlegen, Fensterdekoration, Wand begleiten. Also die Tapete oder mit Stoff oder mit Teppichboden die Wände zu begleiten. Dann hat der Raumausstatter noch Sonnenschutz und Polstern. Was kann man aber sagen, was ist dann der Schwerpunkt eigentlich? Oder muss er das alles können? Das muss er alles kennen. Okay. Das muss er alles kennen. Es gibt Betriebe, die haben sich auf einen Schwerpunkt festgelegt. Die tun nur Bodenlegen, die anderen machen nur Dekorationen und die Nächsten tun viel Polstern. Okay. Also man spezialisiert sich dann doch irgendwo. Oh, richtig. Okay. Richtig. Herr Wirth, Sie machten Ihre Meisterprüfung, da waren Sie gerade mal 23 Jahre alt. Und eigentlich haben Sie schon die Hoffnung aufgegeben, diesen schönen Beruf zu machen, habe ich gelesen. Jetzt führen Sie Ihren Beruf mittlerweile seit 20 Jahren aus. Die Ausbildung zum Sattler wird in drei verschiedene Schwerpunkte eingeteilt. Welche sind das? Also das ist natürlich die Reitsport-Sattlerei als erstes. Dann kommen die Autosattler und dann gibt es noch die Täschner. Was man weniger weiß, gibt es bei uns noch die Säckler, die gehen auch, wäre auch mit uns beschult. Und die Säckler, die machen viel in Bayern Lederhose und die Handschuhmacher. Wäre auch mit uns beschult in der Berufsschule. Was ist so der Unterschied zwischen denen? Ja, also der Unterschied, sagen wir mal der Reitsport-Sattler, wie der Name schon sagt, der macht hauptsächlich Reitsport-Ausrüstung. Also bis zur Xellenprüfung machen die Trenze, Zäume und solche Sachen. Und für die Meisterprüfung einen Sattel oder eine Pferdgeschirr. Und die Autosattler, war wie der Name sieht, machen Fahrzeug-Innenausstattung. Viel gibt es in der Industrie. Also jetzt gerade im Raum Stuttgart gibt es viele Autosattler, die bei Porsche, Mercedes, was auch immer sind. Ist wesentlich technischer als der Reitsport-Sattler. Also heute mit Hochwolltechnik, Airbag und so ist das ein hochtechnisierter Ausbildungsberuf eigentlich. Und der Teschner, der macht feine Taschen, Geldbörsen, alles was ganz feine Läder sind von der Verarbeitung. Reise, Gepäck, solche Sachen, das macht der Teschner. Und da sind die groben Unterschiede. Die Lehrlinge sind zwei Jahre, erste und zweite Läder gemeinsam in der Schule und dann im dritten Läder werden die getrennt beschult. Also Werkstattunterricht macht dann jede Fachgruppe für sich selber. Okay. Okay. Sie sind ja Reitsport-Sattler. Warum? Warum nicht Fahrzeug? Ja, der Fahrzeug-Sattler war mir zu technisch und Reitsport-Sattler reiten deshalb, weil mein Großvater war Bauer und war ein sehr guter Handwerker. Der hat viel selber gemacht und der hat immer noch ein Arbeitspferd gehabt, um uns Kinder zu sagen, ja wie war das in der guten alten Zeit. Dann sind wir auf der Acker mit dem Pferd, da ist irgendwas kaputt gegangen und dann hat mein Opa das selber repariert. Ich war bei dem auf der Bank gesessen und habe gesagt, ja, gebt mir mal das, gebt mir mal das. Und das, was er nicht machen konnte, da sind wir dann in eine Sattler-Werkstätte gegangen, bei uns in der Gegend. Und so habe ich das gesehen. Und irgendwann habe ich selber ein Pferd gekriegt und dann habe ich das von meinem Opa so übernommen. Aber ich habe im Kopf immer irgendein Projekt gehabt, wie das werden soll. Und immer hat das richtige Material, das richtige Werkzeug gefehlt und die Sattler vor Ort, die haben mir einfach die Adresse nicht rausgekriegt. Und dann habe ich halt da rum experimentiert und mich dann irgendwann dazu entschlossen hat, jetzt machst du eine richtige Lehre. Weil ich immer wissen wollte, wie macht man Pferdekommend. Also das war für mich der Ansprung, ich wollte Pferdekommend machen können. Und das ist auch für mich die Königdisziplin in unserem Handwerk. Und das ist Handwerk wie vor 500 Jahren, vom Material und von den Fertigkeiten. Das kann keine Maschine machen. Komme ich gleich nochmal darauf zurück. Welcher Schulabschluss braucht man denn eigentlich für einen Raumausstatteregert? Eigentlich einen Hauptschulabschluss. Hauptschulabschluss. Aber natürlich gibt es auch mit mittlerer Reife oder sogar mit Abitur. Okay. Wie läuft eigentlich so eine Ausbildung denn ab? Ist da Blockunterricht? Also bei mir war das ja, ich war immer, ich bin ein gelernter Kaufmann eigentlich. Und ich war immer mittwochs oder irgendwie so war das, wenn ich mich richtig entsinne in der Schule. Ist das jetzt mit Blockunterricht oder ist man auch einmal in der Woche? Unsere Schulen in Baden-Württemberg haben alle Blockunterricht. Also unsere aus dem Heilbronner Raum, die Auszubildenden, gehen nach Stuttgart in die Kerschensteiner Schule und dort ist Blockunterricht. Okay. Wie lange dauert so eine Ausbildung? Drei Jahre. Drei Jahre. Kann man den auch irgendwie, wenn man Abi hat, verkürzen? Auch, auch. Ein guter Schüler kriegt Lehrzeitverkürzungen, wenn er gut ist und muss dann nur zwei Jahre lernen. Okay. Zum Beispiel einer mit Abitur oder mit mittlerer Reife, aber wir haben auch gute Hauptschüler. Ja klar. Wo wir fit sind und das machen, dass sie Lehrzeitverkürzungen kriegen. Okay. Ist das in Ihrem Branche genauso? Ja, ist bei uns genauso. Dass die Blockbeschulung, ja und auch mit der Lehrzeitverkürzung, also die, die normal von der Schule kommen, können ja im zweiten Lehrjahr oder im dritten Lehrjahr dann ein Halbsjahr verkürzen. Und mit Abi gibt es die Möglichkeit, euer ganz zu überspringen. Also ist bei uns identisch wie bei den Raumausstattern. Herr Eckert, ein Raumausstatter soll ja nicht nur reden und verkaufen können, der soll ja stilsicher sein, der soll ja mit Farben, mit Stoffen, mit den ganzen Materialien umgehen. Und natürlich, was toll ist, der hat auch noch viel Abwechslung an seinem Arbeitsplatz. Oder wie sehen Sie das? Ja, selbstverständlich. Er muss kreativ sein. Und die Abwechslung am Arbeitsplatz, die bringt die Arbeit mit sich, was der Raumausstatter macht. Wir sind nicht drei Wochen lang am Boden legen oder drei Wochen lang an der Wandgestaltung oder so. Wir wechseln ab. Das ist mal ein, zwei Tage, dann kommt wieder andere Arbeit oder man ist in der Werkstatt und polstert. Es ist einfach abwechslungreich und das ist das Schöne beim Raumausstatter, es wird nie langweilig. Das ist richtig. Er macht ja jeden Tag was. Kann er was anderes machen, hängt ja vom Auftrag ab. Zum Beispiel. Wie Sie vorhin gesagt haben, Sonnenschutz oder Tapezieren oder Vorhänge. Und dadurch muss er sich halt mit den ganzen Materialien ja auskennen. So ist es. Und deswegen versucht man auch mit den Lieferanten ins Gespräch zu kommen, bei den Lieferanten Fachseminare zu besuchen und so weiter und so fort. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man solche Seminare und solche Sachen besucht. Ja, ja, ja. Herr Wirtz, der Raumausstatter, so wie wir gerade gesprochen haben, hat ja das Materialeigenschaft in der Ausbildung. Ist ja beim Sattler ja auch ähnlich, der hat ja auch die ganzen Materialien. Aber zu einer Waldsport-Sattlerei gehört auch das Wissen über die Anatomie beziehungsweise über die ganzen Bewegungsabläufe von einem Pferd. Zählen Sie ein bisschen was dazu. Ja, also die Anatomie und die ganze Biomechanik vom Pferd ist für uns extrem wichtig worden in den letzten Jahren, weil wir einfach immer am Pferd sind und die Sache wäre eigentlich anatomisch, also sei es ein Trense oder ein Sattel, anatomisch für das jeweilige Pferd abpasst. Und es ist immens wichtig, sich dort auszukennen. Sagen wir mal, wo liegen die Rippen, Wirbelsäule, Muskulatur, da muss man schon fit sein. Weil ansonsten kann man auch viel Schaden anrichten an dem Lebewesen, der vielleicht sogar irreparabel ist. Oder der Kunde hat nachher total viel Tierarztkosten. Und sagen wir mal, tierschutzrelevant, man will ja an dem Tier nichts Schlechtes. Das ist für uns immens wichtig worden. Okay, was sind so irreparabel Schaden? Was kann da sein? Was verstehe ich da drunter? Ja klar, also Muskelatrophie, also Rückbildung von der Rückenmuskulatur, wenn der Sattel drückt, kann es zum Beispiel sein. Dann gibt es sogenannte Rittigkeitsprobleme, also der Reiter will irgendwas von seinem Pferd, aber das kann gar nicht die Übung ausführen, weil der Sattel eigentlich so störend ist im Rücken, dass das gar nicht funktioniert. Dann gibt es, was auch so ein Problem ist, zum Beispiel Kissing Spines, das ist, wenn die Dornfortsätze in der Wirbelsäule sich oben berühren, das ist natürlich extrem schmerzhaft und das kann auch durch schlecht passende Ausrüstung hervorgerufen werden. Dann im Maul hat man ja Gebiss drin, wenn das schlecht sitzt, die trennen sie am Kopf. Schlecht sitzt, am Kopf gibt es ganz viele Druckpunkte beim Pferd, die man reizen kann und stören kann. Also da ist schon viel Know-how nötig. Wow. Also ich muss sagen, wenn ich das jetzt so höre, man als Raum-Ausstatter, sag ich mal, hast du ja auch eine Verantwortung, eine Wohnung sauber zu verlassen, sauber zu tapezieren, alles. Aber hier geht es ja echt um Lebewesen, dass sie da wirklich Schaden zufügen können. Also da hat man schon sehr, sehr viel Verantwortung. Ja, und sag mal, die Schwierigkeit ist halt, der Sattel zum Beispiel ist ja das Bindeglied, mit zwei Lebewesen, die ein eigenes Denken hin miteinander zu verbinden. Und ja, das ist echt eine Herausforderung, das immer noch zu kriegen. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie wird so ein Sattel denn da angepasst? Also in der Regel geht es so vor sich, der Sattel kommt vor Ort, guckt sich das Pferd an und hält sich mit dem Kunde, was will der machen, was hat er vor mit dem Pferd, wie alt ist das? Dann guckt sich der Sattel das Pferd an, von der Konstitution, also wie ist die Muskulatur? Eher gut ausgeprägt, schlecht ausgeprägt? Dann guckt er sich das in der Bewegung an, also in der Bewegung ist nochmal anders wie im Stand. Dann ist ja jede Bewegungsart, also jede Gangart hat einen anderen Takt, das kommt auch dazu. Dann kommt es davor, reitet der Reiter sportlich oder eher relativ schwach von seinem eigenen Können. Und dann wird das Pferd vermessen, der Rücken wird festgehalten, dass man einfach dann vergleichen kann über die Entwicklungszeit oder in der Zeit, wo man das Pferd begleitet, hat sich die Muskulatur aufgebaut, abgebaut, um dann richtig reagieren zu können. Also das ist immer am Pferd, findet es statt. Das alles lernt man in der Ausbildung oder ist es dann wirklich auch, natürlich auch Erfahrung, aber oder heißt es, nee, also das ist dann wirklich, kommt später und später. Ja, also sagen wir mal, in der Ausbildung lernt man schon einiges, also über Anatomie, das Skelett, dass man die Knochen kennt, die Muskulatur kennt. Aber letzten Endes lernt man das nur, wenn man dann am Pferd ist, sei es mit seinem Lehrmeister, also wenn die Lehrmeister das den Lehrlingen ermöglichen, mit ans Pferd zu gehen. Oder aber halt dann später auch Fortbildungen, also sagen wir mal, die Kollegen, die ich kenne, die aktiv sind, die machen drei bis vier Fortbildungen im Jahr. Also die investieren auch richtig Geld in ihre Fortbildung, um das dann ihren Kunden und auch den Pferd wieder zugutekommen zu lassen. Und da ist ein ständiges Lernen, also die Forschung bleibt ja gar nicht stehen, da gibt es Sachen, die sind noch gar nicht erforscht, wo, sagen wir mal, das ist in Leipzig, die Veterinäranatomische Uniklinik ist da sehr stark, mit denen schaffen wir ganz eng zusammen. Ja, da wird schon viel gemacht. Herr Eckert, das deutsche Handwerk hat einen Leistungswettbewerb, wo ja sehr bedeutend ist und dort, sag ich mal, die junge Ausgebildete zeigen können, was sie alles gelernt haben, alles. Erzählen sie uns mal ein bisschen was dazu. Praktische Leistungswettbewerb, der findet jedes Jahr, findet er statt, da werden die besten Kammer-Sieger und Landesieger kommen zum praktischen Leistungswettbewerb. Und dann erstellen sie dort Arbeitsproben von jedem Arbeitsgebiet, was der Raumausstatter macht, eine kleine Arbeitsprobe, zum Beispiel eine Wand zu tapezieren oder ein Teil, eine Wandbespannung zu machen, eine Bodenlegearbeit mit einer Einlegearbeit, mit einer Reintase und eine Polsterarbeit, zum Beispiel so ein kleiner Hocker oder so ein Fußschemel oder sowas, das wird da erstellt. Und dann wird da beim praktischen Leistungswettbewerb der Bundessieger ermittelt. Und da sind aus jedem Bundesland, ist da der Landessieger dabei. Manchmal kommen sie auch nicht oder wollen sie nicht. Das ist eine Messenssache von jedem. Es ist schade, aber wenn man Landessieger ist, dann sollten wir den Bundeswettbewerb, den PLW, den praktischen Leistungswettbewerb unbedingt besuchen. Okay. Verstehe ich das dann richtig? Ein bisschen weiß ja, wie die Geselleprüfungen sind. Ist es dann so etwas Ähnliches, dass man wie so ein Koje das dann machen muss, wo man dann tapeziert, ein Vorhang, ein Bode. Das müsstet ihr auch bei der Leistungswettbewerb auch machen. Jawohl, jawohl. Bloß wissen Sie beim praktischen Leistungswettbewerb nicht, was Sie machen müssen. Das kriegen Sie erst dort gesagt. Kann zu diesem praktischen Leistungswettbewerb jeder hin? Nein, nur die Landessieger. Nur die Landessieger. Dass Sie das mal verstehen, wo ist der Start? Wo fängt es an, dass ich zu diesem Wettbewerb komme? Auf Kammerebene. Auf Kammerebene. Aber meldet mich mein Ausbilder an? An der Gesellerprüfung. Ah. An der Gesellenprüfung. Der Kammer Sieger, der Kammer Sieger ist beim praktischen Leistungswettbewerb auf Landesebene. Okay, jetzt habe ich es zu tun. Und wenn er Landessieger wird, dann geht er zum Bundeswettbewerb. Okay, habe ich verstanden. Wie viele Teilnehmer hat es da insgesamt dann? Normalerweise sind es von jedem Bundesland einer. Ja, aber natürlich fehlen auch manchmal, meistens sind es so zwischen 12 und 15. Und dann ist es ja eine tolle Auszeichnung, was man dann erhält eigentlich. Also, das kann ich noch dazu sagen. Also bei uns Reitsportler oder bei den Sattler ist es so ein bisschen anders. Die Kammer Sieger qualifizieren sich auch für den Landesentscheid und die Prüfungsstücke, also die Sie in der Gesellenprüfung machen, werden neu bewertet. Und aus den Prüfungsstücken wird der Landessieger gekürt und der geht dann meistens nach Bremen seither, jetzt dieses Mal, glaube ich zum letzten Mal, zum Bundesleistungswettbewerb. Und der, der dann gewinnt, oder sagen wir mal auch die Kammer und Landessieger, können sich ja für ein Stipendium bewerben, für die Begabtenförderung. Und da gibt es, glaube ich, um die 5.000 Euro Stipendium, wenn man es kriegt, kann man es für berufliche Fortbildung einsetzen. Also es ist natürlich auch sehr interessant für die Junggesellen, dieses Stipendium, die sich qualifizieren für den praktischen Leistungswettbewerb. Dann gibt es noch die gute Form. Das ist, wenn jemand etwas besonders Schönes macht, der kann das dann noch einreichen. Und dann gibt es diesen Preis der guten Form, der wird dann auch noch bewertet. Geht es dann auch international noch weiter? Ja, und zwar auf europäischer Ebene, mit Estreich, mit Südtirol und Deutschland. Und da findet der Wettbewerb jedes Jahr in einem anderen Land statt. Und da messen sich dann die Bundessieger gegeneinander. Ich finde es sehr reizig. Auf europäischer Ebene. Hat es eine riesige Auszeichnung, was die da haben? Nein, definitiv. Euro Interieur. Ja? Toll, wenn so ein O-Kunde bei mir da hängen würde. Ja. Es ist ja, was uns oft oder was wir nicht verstehen können, dass Betriebe, die jetzt einen Landessieger haben, es manchmal nicht schaffen, dass ihre ehemaligen Azubis zu diesem praktischen Leistungswettbewerb gehen. Das ist ja eine immense Auszeichnung für den Betrieb, also wenn ein Betrieb einen Bundessieger oder einen Landessieger oder einen Kammersieger ausgebildet hat. Das ist mega, also das ist wie ein Ritterschlag. Freut sich jeder Ausbilder, wenn er oben auf der Bühne steht, wenn sein Auszubildender Kammer-Sieger geworden ist oder Landessieger geworden ist und man kriegt da eine Urkunde. Also da freut man sich. War bei uns mit unserer Lavona Akustikpanel, wo wir der German Designer waren, wir waren mega stolz auf uns, so eine Auszeichnung zu haben oder 5.500 Bewerber da waren. Wann wäre diese, das ist doch jetzt gewesen, oder läuft das noch, dieser Wettbewerb, oder? Das läuft jetzt gerade, das läuft. Der praktische Leistungswettbewerb, der läuft jetzt gerade. Der läuft jetzt gerade, gell. Wenn Sie jetzt, bei beiden Berufen ist da sehr, sehr viel Tradition drin, als Raumhorstatt oder als Sattler. Wenn Sie jetzt sowas hören, wie Internet, Online-Geschäft, Social Media oder auch Meisterpflicht, was kommt dann in Ihre Gedanken? Also, wer will anfangen? Also, ich lege mal los, Social Media, Internet, ohne geht es nicht. Also, wenn ich sehe, viele Sattler-Kollegen, wir auch betreiben, betreiben einen Online-Shop, sagen wir, wir erreichen Kunden auf der ganzen Welt, dann ist das eine super Sache, wie man sein Einzugsgebiet einfach erweitern kann. Social Media sollte man auch nutzen, ob man da einen Auftrag generiert, ist fraglich, aber man muss im Gespräch bleiben. Und die Werbung kostet nichts, definitiv. Dann, Meisterpflicht, ja, Pflichte voll bei, also mich freut es für die Raumhorstatter, dass es so aussieht, als dass die wieder zurückgeführt werden. Die Tradition sagt man aber eigentlich ist schade, dass mir Sattler wahrscheinlich, so wie es aussieht, nicht zurückgeführt werden, weil, beim Dieter Eggert ist es zum Beispiel so, dem seine Vorfahren, Vorfahren waren Sattler, und der Sattler war der Vorläufer vom Raumhorstatter, also deswegen wäre es schade, wenn die Sattler, sagen wir mal, so einen traditionsreichen Beruf, wie unserer, nicht zurückgeführt werden, aber, ja, wir haben nach wie vor viele Meister, die neu wieder starten, also, also, das hat dem keinen Abbruch getan, bei uns Sattler eigentlich. Möchten Sie noch ein, zwei Worte? Ja, das, ich muss dem Steffen da recht geben, mit der ganzen Sache, natürlich mit dem Online-Geschäft und solche Sachen, das in mir, schon ein wenig alt dazu. Aber Sie haben trotzdem dem Podcast zugesagt, und deswegen freut es mich ja so enorm. Genau. Ich weiß ja, darf ich sagen, Sie sind 70, Sie werden jetzt 71, habe ich gesagt. Ja, ja. Hallo, Sie haben gleich zugesagt. Ja, selbstverständlich, weil ich das einfach für unseren Beruf stand, wichtig fühle. Das muss sein, solche Sachen müssen sein, und ich bin mit Leib und Seele ein Raumausstatter, sonst hätte ich den Beruf nicht gelernt. Sonst wäre ich vielleicht auch Sattler geworden, wie mein Urgroßvater und mein Großvater. Und mein Vater war Täschner-Meister, wie der Steffen vorhin schon gesagt hat. Ich habe dann erst Raumausstatter gelernt und bin zufrieden und glücklich, dass ich den Beruf gewählt habe. Nehme ich Ihnen voll zu 100 Prozent ab. Die erste Fingerle war da, glaube ich, Podcast Nummer 5 war das, und sie hat gesagt, wäre ich nicht Raumausstatter geworden, dann wäre ich Schreiner, weil ich den Beruf Handwerk so liebe. Das ist einfach mit den Händen, was zu machen, was zu erschaffen. Trotzdem muss ich auf eins zurückkommen, wenn ich darf, Herr Wirtz. Bei Ihnen habe ich gelesen, im Internet habe ich einen Artikel gefunden, wo Sie gesagt haben, Meisterpflicht ist Ihnen nicht so wichtig, Sie dürfen mich gern korrigieren. Wichtig ist, dass der Kollege sauber und gut arbeitet. Ist das richtig? Habe ich das richtig gelesen? Ja, also das stimmt schon. Und ich war immer der Meinung, dass es gute Gesellen gibt, die einen sehr guten Job machen und vielleicht gar nicht in erster Reihe stehen möchten. Oder aber sich selbstständig machen und dort auch gute Arbeit abliefern. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Markt sowas von einer neuen Regel, wer morgst, der ist weg vom Markt oder muss nach Hamburg fahren und hat dann keine Aufträge. Und der andere, der gute Arbeit leistet, der braucht keine Werbung machen und die Leute kommen zu ihm. Also ja, das ist schon so. Das waren fast die gleichen Worte, die Sie wiederholen haben. Ich weiß nicht, wie alt das Artikel war, aber ich habe es zufällig im Internet, man googelt ja ein bisschen, man bereitet sich ein bisschen auf die Gäste vor und bei Ihnen habe ich ja sehr viel Social Media, Facebook und alles. Da habe ich ganz tolle Bilder gesehen, wie Sie einen Sattel da gemacht haben. Ich weiß nicht mehr, wie man es fachmännisch ausdrücken tut, aber ich war hoch begeistert. Jetzt erzähle Sie mir noch eins, Herr Wirz, nähen Sie das mit Maschinen, näht man das alles von Hand? Sagen Sie mal wirklich, wie entsteht eigentlich ein Sattel? Ein Raumausstattel, Entschuldigung Herr Eckert, das glaube ich, das wissen noch viele. Okay, wie legt man den Boden rein, man sieht, wie lege ich ein Parkett rein? Aber ein Sattel, wie entsteht eigentlich ein Sattel? Ja, mit Hand am Arm entsteht ein Sattel. Also das ist wirklich, wie ich vorher gesagt habe, beim Kummet Handwerk in seiner ursprünglichsten Form. Wir nähen zum Beispiel an einem Sattel, an einem Westernsattel, Leder, das ist miteinander verklebt, das sind zwei Zentimeter, also so stark. Und da wird dann von Hand mit einer Ahle durchgenäht und mit zwei Nadel genäht. Und das ist auch bei uns, es gibt nach wie vor keine Maschine, die die Handnaht ersetzen kann. Und wir brauchen die Handnaht jeden Tag und ein Sattel wird eigentlich in 40 Stunden, kann man ein guter Sattel bauen. Und bei uns im Westernsattelbereich ist es halt so, der Kunde kann ganz viel Optik beeinflussen. Und das können wir dann mit farbigen Nähten und Punzierarbeiten, also so Treibarbeiten im Leder gestalten. Und das macht echt viel Spaß. Aber es ist nach wie vor, selbst in der Serienfertigung, ist die Manufaktursage jetzt mal nicht wegzudenken. Also ohne handwerklich ausgebildete Leute geht es bei uns nicht. Okay, diese Prägungen oder was, wie haben Sie es gerade? Punzierarbeiten nennen Sie es. Punzierarbeiten, wie macht man das? Also das Leder braucht erstmal die richtige Gerbart, also das muss pflanzlich gegerbt sein, sonst geht es gar nicht. Okay. Und dann gibt es Stempel, quasi der Stempel ist das negativ, wird in das feuchte Leder geklopft und dann gibt sich ein erhabenes Muster vor. Oder man kann ein freier Muster wählen, also das zeichne ich dann, der Kunde sagt, okay, ich mag Adlerfedern oder einen Stierkopf oder Harley Davidson Zeichen oder was auch immer. Da wird eine Vorlage gezeichnet auf Papier, der Kunde segnet das ab und dann kann ich das aufs Leder bringen und dann wird das mit einem feinen Messer eingeschnitten und dann wird das Leder außenrum verdichtet. Wird aber alles händisch gemacht und da gibt es bei uns in der Regel nur ein Teil. Also ich kann eine Schablone oder eine Vorlage, da ein bisschen verändern vielleicht, aber ich mache in der Regel keine zwei gleiche Teile. Okay. Wenn das so individuell ist. Okay. Okay. Nochmal zurück zum Raumausstatter, dass ich jetzt nicht sage, hier, das lebe ich auch bloß, da kenne ich mich ein bisschen besser aus, deswegen frage ich da etwas vielleicht spannender oder so. Aber da tut sich ja auch sehr viel. Ob das bei der Tapezierer ist mit Digitaldruck, ganz große Wendekammer machen, dann die ganze Planken als Fliesen, Teppichfliesen und alles. Also da ist auch schon sehr, sehr viel, wie wir gesprochen haben, sehr, sehr viel Kreativität und gefragt. Es heißt ja nicht umsonst die Designbeläge, die jetzt auf den Markt gekommen sind vor ein paar Jahren, wo man kreativ was arbeiten kann mit, zum Beispiel, will ich sagen, dass man Intarsia-Arbeit rein macht oder ein Firmenabzeichen rein macht oder sonst irgendwas. Und da kann ich natürlich auch hergehen und kann Adern verlegen, also das kann ich mit einem Linoleum-Belag machen, das kann ich mit einem Teppichboden machen, überall kann ich das machen mit einer Intarsia-Arbeit oder irgendwas. Und ebenfalls natürlich auch mit einer Tapete oder mit Stoff. Aber da ist schon das Materialwissen schon enorm, wenn ich das so raushöre beim Raumausstatter. Wirklich von Parkett, Vinyl, Teppichboden, Laminat, Tapeten. Und jedes Material reagiert ja anders. Ein Nadelfilz muss ich immer fest verkleben. Ein Teppichboden kann ich vielleicht auch mal lose oder fixieren. Der schafft nicht so viel wie ein Nadelfilz. Also es ist schon enorm, was da für Fachwissen da sein sollte. Das sollte da sein, das Fachwissen sollte da sein. Ich habe es Ihnen vorhin schon gesagt, deswegen muss man Fachseminare besuchen. Sie haben es gesehen, Sie waren bei uns in Pretzfeld auf unserem Landesverbandstag. Und deswegen holen wir da Leute her, die uns das Fachwissen beibringen. Die uns sagen, so und so müsst ihr vorgehen, dies und jenes müsst ihr machen, weil es kommen immer wieder neue Materialien auf den Markt. Und dann muss man sich das Fachwissen bei den Herstellern holen. Ja, deswegen sind wir schon wieder beim Thema dann Fortbildung. Fortbildung gibt es dann auch als Raumausstatter? Ja. Auch als Sattler? Ja, auf jeden Fall. Ob das jetzt in der Anatomiebereich dann ist oder erzählen Sie mir ein bisschen was dazu, zu den Fortbildungen? Also bei uns gibt es, sagen wir mal eine Gruppe, die sich relativ familiär manchmal trifft und Workshops in der Werkstatt vom Kollegen macht. Diverse, da suchen wir uns ein Thema aus, was wir machen wollen, das machen wir eine relativ kleine Gruppe. Dann gibt es unsere große Bundestagung. Da sind immer ganz viele Workshops, also sei es Betriebsführung, Reklamationsmanagement, solche Sachen machen wir auch. Und dann haben wir unsere Landesverbandstagung von den Sattler im Wechsel mit Bayern, alle zwei Jahre. Also euer Bayern, euer Baden-Württemberg. Und da waren wir auch schon beim Nähmaschinenhersteller irgendwelche praktischen Tipps für Umgang mit Nähmaschinen und solche Sachen. Da sind dann auch oft Aussteller da, Lederhändler, Werkzeug, Zubehör. Also unabdingbar muss, um sich einfach weiterzubilden und am Ball zu bleiben, was draußen los ist. Das wird halt bei uns beim Raumaufstatter von unseren Großhändlern angeboten. Die Fortbildung in allen Bereichen, ob es jetzt im Boden ist, ob es an der Wand ist oder Dekoration, in allen Bereichen wird es von den Großhändlern angeboten. Und das sollte man halt einfach wahrnehmen und auch mit seinen Mitarbeitern dort nachgehen. Nicht der Chef, der alte Chef mit 70 Jahren. Die jungen Mitarbeiter müssen da nach. Ja, aber es ist absolut richtig, auch die Klebehersteller und alles, die bieten es ja auch an. Zum Beispiel, das ist jetzt was ganz Großes, Kleberspachtelmasse. Ganz, ganz wichtig. Da wird sehr viel Murks und Fusch gemacht auf dem Bau. Und deswegen sind wir auch froh, dass wir den Masterbrief wieder kriegen. Da wurde viel zu viel Missbrauch gemacht. Ja, glaube ich. Von Firmen aus dem Ausland und und und. Es wurde einfach gepfuscht am Bau. Und der Raumausstatter war der Dumme dabei. Herr Wirtz, wenn wir gerade sagen, hier am Bau wurde vieles falsch gemacht und alles. Sie sind ja auch Sachverständiger. Ja. Erzählen Sie mal, wie wird man Sachverständiger? Wie kommt man dazu? Wie viel? Was muss man da alles machen? Ja, also Sachverständiger wird man, wenn man den Drang hat, nach der Meisterprüfung sich nochmal weiterzubilden. Also so war es bei mir, weil ich einfach gedacht habe, okay, die Meisterprüfung ist lange her. Jetzt muss irgendwas noch drauf kommen. Wie wird man Sachverständiger? Also man besucht diverse Seminare, bildet sich fort. Also ja, wie ist ein Gutachten auszuarbeiten? Und ich habe dann meine Prüfung beim BSR abgelegt. Also das war eine Sachkundeüberprüfung. Davor habe ich Prüfungsgutachten zugeschickt gekriegt. Ein fiktiver Fall. Da musst du die Gutachten dazu machen und beides ist dann bewertet worden. Und natürlich muss man sich vorher bei der Kammer bewerben, ob die Kammer überhaupt sagt, ja, okay, wir brauchen Sachverständiger oder nicht. Und dann wird man ja von der jeweiligen Kammer, wenn man öffentlich bestellt sein will, bestellt und vereidigt. Ja, und für mich ist also das wirklich extrem, ich bin es jetzt noch nicht lang im ersten Jahr, aber ich habe extrem viele Fälle und ball alle zwei Wochen von irgendeinem Richter einen Anruf, ob ich mich um den und den Fall kümmern kann und jetzt für dieses Jahr. Also echt Wahnsinn, wie viel da los war. Aber dann muss ich ja mal fragen, können Sie dann eigentlich Ihre Leidenschaft dann noch ausleben, wenn Sie dann für so viele Fälle unterwegs sind? Ja, die kann ich noch ausleben. Und was sehr gut ist, was ich durch die sachverständliche Tätigkeit gesehen habe, ist manche Dinge für mich im Betrieb wieder, sagen wir mal, in den Vordergrund zu rücken. Man wird ja manchmal ein bisschen betriebsblind und vielleicht auch lapidar und sage, ah, das habe ich jetzt 15 Jahre so gemacht, hat funktioniert und dass man es da nicht schleifen lässt. Also ich lerne im Prinzip aus Fehler von anderen durch die sachverständlichen Tätigkeiten. Das ist ein riesen, riesen Vorteil, den ich nicht mehr missen möchte. Also Beispiel zum Beispiel jetzt gerade Pferdeanatomie nicht zu dokumentieren, also am Tag der Vermessung und am Tag des Gefahrenübergangs die Anatomie des Pferdes zu dokumentieren. Kann man machen, wenn man das mag, ist aber wenn es zum Schadensfall kommt oder zum Streitfall sehr schlecht. Also die Dokumentation einfach durchgängig zu machen, das ist unabdingbar. Ja, wir sind eigentlich schon am Ende. Bloß bevor ich meine fünf Kennenlernfragen nochmal stelle, habe ich irgendwas vergessen? Möchten Sie, Herr Eckert, wird irgendetwas noch loswerden? Ich glaube, ich glaube, ich habe es Ihnen schon gesagt, dass ich glücklich bin für unseren Beruf, dass wir die Meisterpflicht wieder kriegen. Da bin ich sehr glücklich drüber und ich hoffe auch, dass wir weiterhin so viele kriegen, die die Meisterprüfung ablegen. Da bin ich, da wäre ich auch froh, wenn das klappen würde. Und natürlich wäre ich froh, wenn unseren Berufnachwuchs sich, so wie der Steffin gesagt hat, zum Beispiel auch mal, wenn Sie die Meisterprüfung gemacht hätten, ins Sachverständige gewesen übergegangen wären, sich dort bewerben würden. Da wäre ich sehr froh, wenn sowas passieren würde bei uns auf dem Raum aus Start der Beruf. Also, weil Sie jetzt noch Meister nochmal aufgebracht haben. Ich habe im Facebook eine Frage gelesen von Wand und Boden Zeitschrift. Ja. Verspricht man sich durch der Meisterprüfung mehr Lehrlinge? Ja, selbstverständlich. Kollegen haben nicht mehr ausgebildet. Die haben gesagt, so was soll ich ausbilden? Ich bilde einen aus, bummst sie schon weg, macht sich selbstständig. Zum Teil haben sie auch Angst gehabt, sie kriegen Konkurrenz. Aber ich verspreche mir auch sehr viel davon, dass wenn wir den Meisterbrief wieder haben, dass wir wieder mehr Lehrlinge kriegen zum Ausbilden. Dann habe ich auch gelesen, wenn ich Raumausstatter lerne, kann ich das auch als Fundament für Architektur nehmen. Richtig. Dann habe ich ja da auch wieder einen Vorteil. Gehe ich dann weg von der Raumausstatterei, sage ich jetzt mal? Ja, es sind einige da, die Raumausstatter lernen und dann weitergehen nachher auf die Schule und machen Innenarchitektur. Ja, also für uns ist eigentlich Schlaraffia für die Sattler, was jetzt gerade Lehrling zum Beispiel auch geht. Also bei uns gibt es viel zu wenig Lehrstelle, um die Bewerber abdecken zu können. Okay. Ja, also wir können außen voll erschöpfen, was das auch geht, trotz Wegfall der Meisterpflicht. Aber das ist einfach so, weil wir viele junge Leute haben, die Motivation mitbringen und die brennen für den Beruf. Und dann fällt es auch einfach leicht, denen etwas beizubringen. Ja, die sind oft wie ein Schwamm, die wollen wissen, wie was geht und die wissen, wieso, dass sie im Handwerk sind. Also ich habe ja gelesen, gerade in dem Artikel, ich glaube 20 Unternehmen gibt es noch, die Sattlerei machen, den Baden-Württemberg, gell? Das kann sein. Also ich denke, weiß der Landesinnungsverband wahrscheinlich, also organisiert, sagen wir mal. Es gibt sicher eine große Dunkelziffer. Der Umstand, dass die jungen Leute kommen und möchten das lernen. Also ich habe schon gehört, die sind von 300 Kilometern hergezogen, haben ihren ganzen Lebensumstand geändert, alles hinter sich gelassen, nur um die Lehre zu machen. Also bei mir selber war das auch so und da führt kein Weg darauf vorbei, dass man im gleichen Ort eine Sattlerei findet, wo man wohnt und seine Lehre machen kann. Also es ist wie ein Sex am Lotto. Ja, ja, ja. Dann habe ich noch eins, wenn ich darf, bei Ihnen, Herr Wirz. Sie ahnen schon. Ihr Tattoo, habe ich gesehen in Facebook. Das dürfen Sie auch mal gern unseren Zuhörern, die werden es nicht sehen, aber unsere Zuschauer, hier in der Kamera, hier können Sie es reinzeigen. Ja, ob man es erkennen kann. Ist es der Wappen? Also das ist jetzt eine Fantasiewappe, aber es gibt so eine Zunftwappe. Ich habe das bei vielen anderen Handwerken entlehnt, also Zimmerer, Schreiner und so. Was das Besondere an dem ist, das sind wirklich meine Handwerkszeigen, mit denen ich jeden Tag schaffe, also mein Halbmond, meine Ahle. Und ja, der Spruch dazu noch, Handwerk geht einfach für uns Sattler unter die Haut und ganz viele zeigen das dort mit, von den Kollegen. Es gibt viele, die ähnliche Tätowierungen tragen. Okay, sehr schön. Bereuen Sie es dann nicht? Nein, auf keinen Fall. Okay. So, dann habe ich noch meine fünf Fragen. Darf jeder für sich dann beantworten. Die erste Frage wäre, ein Ort, wo Sie sich gerne aufhalten, ist es mehr der Meer oder eher am Berg, wo Sie sich gerne aufhalten? Eher am Berg. Eher am Berg, also eher ein bisschen wandern. Ja, genau. Bei Ihnen hören wir es? Stall, äh, nee. Am Berg. Ja, am Berg. Ein Song oder ein Band, wo Sie gerne hören? Ach, ich höre sehr gerne S4, Frankenradio, die Musik und natürlich höre ich sehr gerne die Flippers. Sehr schön. Ich kenne ihn auch. Ja, sehen Sie. Bei Ihnen, Herbert. Ja, ich höre gerne Johnny Cash. Den kenne ich auch noch. Ich verrate Ihnen noch was, mein Spitzname ist Johnny. Ah. Aber es ist eine andere Geschichte. Sind Sie eher ein Gefühls- oder ein Kopfmensch? Beides, würde ich sagen. Beides, würde ich sagen. Warum? Manchmal muss es ganz spontan gehen, aus dem Kopf raus. Manchmal gut, manchmal schlecht. Aber so ist man. Bei Ihnen? Also bei mir, da würde ich schon sagen, eher ein Gefühl. Also unser Handwerk braucht viel Feeling. Okay. Geben Sie Ihr Geld lieber für Dinge aus oder für Erlebnisse? Für Dinge. Für Dinge. Ja. Erlebnisse. Erlebnisse. Siehst du? Unterschiedlich. Bei Ihnen ein Beispiel. Ein Beispiel. Was kaufen Sie sich gerne? Ein Uhr oder welche Dinge? Ich kaufe mal einen Gegenstand und dann bin ich ein bisschen dem Auto nah. Ah. Jetzt halt. Ja, so. Okay. Und bei Ihnen? Bei mir ist natürlich klar, Erlebnisse draußen in der Natur mit dem Pferd unterwegs sein. Weltklasse. Super. Wie verbringen Sie Ihr Abend nach einem harten Arbeitstag steht hier drauf? Eigentlich ruhig zu Hause oder mit Freunden, dass man mal zusammensitzt. Wir haben einen schönen Handwerkerstammtisch bei uns am Ort, wo verschiedene Berufe sind. Und dann treffen wir uns dort, machen ein bisschen Gemeindepolitik und so weiter. Und so ist eigentlich mein Abend. Oder mein Büro. Ah. Okay. Bei Ihnen, Herr Wirt? Also bei mir natürlich abends mit der Familie. Und wenn die Kinder im Bett sind, dann gibt es auch mal ein Glas Rotweih. Sehr schön. Vielen Dank für Ihr Kommen. Hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen. Und jetzt kann ich nur noch sagen, auch hier die Zuschauer, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Eins möchte ich noch vorab mitteilen. Wir haben auch noch eine kleine Überraschung, ein Weihnachtsspecial im Dezember. Aber dazu kommt noch was. Später dazu. Jetzt möchte ich einfach nur noch Danke sagen. Und Ihnen wünsche ich dann jetzt einen guten Heimfahrt. Vielen Dank wirklich, dass Sie die weite Strecke hergekommen sind. Und Abo, nicht vergessen, abonnieren, liken, teilen, alles sonst. Dankeschön. Und jetzt noch einen schönen Tag noch. Tschüss. 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 Wir dürfen uns noch bedanken bei unserem Geschäftsführer vom Landesverband, beim Andreas Schremmer. Gerne. Der uns hierher gebracht hat zu Ihnen. und der uns auch wieder sicher, denke ich, nach Hause bringen wird. Denke ich auch. Nochmal herzlichen Dank, dass Sie da waren. Gerneschön. Wir bedanken uns. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.